Also, gestern Morgen hab ich einfach nicht gehabt, ein bisschen Mofar zu fahren. Ich bin voll der Mofar-Fan. Und dann hab ich halt mal Mofar auf dem Schlafzimmer geschoben. Was? Auf dem Schlafzimmer? Wieso ist denn der Mofar auf dem Schlafzimmer denn da los? Na ja, ich hab halt geblasst meine Garage. Dann muss das Ding doch irgendwie zugestehen. Was ist denn der Frau zu? Oh, ich rach kein Gute. Und die Stücke sauer. Ich hab noch den Buh voll. Und was für ein Buh voll? Die lädt schon sich raus, gewiss nachts. Weil sie brunnen sich gewiss nicht. Halt sie mit der Verlichtung gemacht. Und du? Halt sie wieder Ström gefahren wollen. Und sie hat voll den Buhf, aber den Tod nutzt in den Küchen. Und du? Und du kannst fahren. Und er hat ein Auto. Und er hat ein Schlafzimmer. Und er hat voll den Arsch auf dem Auto. Und er hat ein Schlafzimmer. Und er hat eine Schlafzimmer. Aber das ist der Schlafzimmer. Und er hat einen Schlafzimmer. Das wäre ja nicht mehr so schlimm gewesen, wenn man zwei Tage vorher sich aus dem rechten Arsch wackelt, so endlich verrunkelt und transperiert ist. So, die ging's die Brunnen bloß und drängst sie nachher von der OP. Schlicht drin, die Gsitzel. Ach Gott, und der Arschschau ist alles zu. Vielen Dank.